Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dem heutigen Vortrag im Rahmen des Studiums Generale. Mein Name ist Paul Leiderer, ich bin emeritierter Physiker und habe das Vergnügen, den Sprecher für den heutigen Vortrag, Herrn Brüssner, einzuführen. Es geht, wie Sie sehen, um das menschliche Gehirn und das ist ein Thema, das heutzutage an vielen Stellen mit großem Forschungsaufwand untersucht wird. Ein Beispiel ist ein großes Forschungsprojekt der Europäischen Union, das Human Brain Project, in dem mehrere hundert Forschungsgruppen zusammenarbeiten mit einem Etat von ungefähr einer Milliarde Euro. Und es geht darum, herauszukriegen, wie das Gehirn funktioniert, wie es eine Struktur ist, vielleicht sogar Ansätze zu verwenden für eine neue Art des Rechnens, Neuromorphic Computing, also Rechnen auf der Basis oder ähnlich wie man meint, dass das im Gehirn abläuft und auf diese Weise man eine Alternative hat zu den heutigen Rechnern, die auf Siliziumbasis funktionieren. Die Forschungen, mit denen sich Herr Brüssner beschäftigt, gehen nicht in diese Richtung, sind aber nicht minder wichtig und betreffen eigentlich jeden von uns. Denn Stress in der einen oder anderen Form ist jeder von uns ausgesetzt. Als Physiker denke ich bei Stress natürlich zunächst mal an eine mechanische Belastung oder Verspannung, aber ich glaube in Ihrem Fall wird der Kopf oder das Gehirn nicht zwischen den Schraubstock abgeklemmt, sondern einem psychologischen Stress ausgesetzt. Herr Brüssner hat den Lehrstuhl für klinische Neuropsychologie an der Universität Konstanz inne. Er ist seit einem Jahr hier, ist Nachfolger von Herrn Professor Elbert, den vielleicht einige von Ihnen kennen. Und wir hatten in diesem Semester ja schon einen Vortrag mit zwei Vertreterinnen, hier aus Konstanz, Frau Batt und Frau Holzinger. Und wir werden auch noch weitere Vorträge haben aus verschiedenen Gruppen hier an der Universität. Wir nehmen diese Gelegenheit gerne wahr, Ihnen vor Augen zu führen, nicht nur was international, sondern vor allem auch was hier an der Universität Konstanz an Spitzenforschung betrieben wird. Das bringt mich jetzt zum wissenschaftlichen Werdegang von Herrn Brüssner. Er hat in Trier Psychologie studiert, dort auch seinen Doktor gemacht, ging dann als Postdoc nach Kanada, nach Montreal, hat dort viel Erfolg gehabt. Die Leute wollten ihn. Er wurde also vom Postdoc zum Assistant Associate Full Professor und wurde eben wie gesagt vor etwa einem Jahr nach Konstanz berufen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für klinische Neuropsychologie, wie ich schon sagte und beschäftigt sich mit Studien zum Erleben und Verhalten, die vornehmlich das zentrale Nervensystem betreffen. Und über seine umfangreichen Erfahrungen wird er heute berichten. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Das Podium gehört Ihnen. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich, heute hier sein zu können und Ihnen ein bisschen was über mein Forschungsthema Stress im Gehirn erzählen zu können. Wie einleitend gesagt wurde, ich bin jetzt seit einem Jahr hier an der Universität Konstanz, habe aber mit dem Thema Stress schon die letzten 20 Jahre mich beschäftigt und habe deswegen versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, was es zu dem Thema zu sagen gibt, was interessant ist, was spannend ist, was ein bisschen vielleicht auch in die Tiefe der Wissenschaft geht. Aber mir wurde gesagt, dass ich hier ein maximal diverses Publikum vorfinden kann, sodass ich versuche, den Inhalt möglichst stressfrei rüber zu bringen und dass jeder in der Lage ist, mir zu folgen. Am Ende haben wir dann auch Gelegenheit, denke ich, ausgiebig noch zu diskutieren, sodass ich dann hoffe, dass dann eventuell aufkommende Fragen wir da dann auch besprechen können. Das ist also das, was ich heute mit Ihnen durchgehen möchte. Wir fangen an mit einer Definition. Was ist überhaupt Stress? Wie kann man das so ein bisschen klassifizieren und kategorisieren? Dann würde ich übergehen in die biologischen Effekte von Stress. Die sind für den Forscher gerade interessant, weil da viel mit dem zu tun hat, was dann im Gehirn passiert. Würde ich mir angucken, was akuter Stress im Gehirn für Konsequenzen und Folgen hat. Da sind auf der einen Seite die Gedächtniseffekte zu nennen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe und die ich Ihnen gerne erzählen würde. Und auf der anderen Seite Aktivierungs-Deaktivierungseffekte der verschiedenen Gehirnstrukturen, die auf Stress in einer bestimmten Art reagieren. Das sind dann die Bildgebungsstudien, die ich vor allem in Montreal durchgeführt habe zu dem Thema. Und je nachdem, wie viel Zeit am Ende ist, würde ich dann gerne noch auf die chronischen Effekte von Stress im Gehirn eingehen. Da gibt es die nach wie vor sehr bekannte Neurotoxizitätshypothese. Die werde ich so ein bisschen kritisch diskutieren und abschließend dann mit den Entwicklungshypothesen zu dem Thema. Jetzt wurde schon gesagt, Stress ist ein Begriff, der kommt ursprünglich aus der Physik und zwar aus der Mechanik. Da geht es darum, wie stark man einen Körper belasten kann, bevor er bricht. Das finde ich aber auch schon wieder relativ anschaulich, was die Bedeutung des Begriffs Stress in der Psychologie angeht, wenn man sich dann vorstellt, dass wir unter dem Stress auch belastet sind oder belastet werden und unter Umständen dann auch brechen können, wenn es zu stressbedingten Erkrankungen kommen kann, wie Burnout oder Depressionen oder chronische Erschöpfungszustände. Was mir wichtig wäre in dem Zusammenhang ist, da kommen wir gleich drauf, den Stress vom Stressor zu unterscheiden, dass wir also dann auch mit nach Hause nehmen, was dort der Unterschied ist und wie man das definieren kann. Und dann würde ich Ihnen gerne verschiedene Beispiele näher bringen, damit man die Stressbegriffe dann auch assoziieren kann mit Dingen, die uns im täglichen Leben begegnen. Auf der einen Seite denke ich, die akute Bedrohung wie ein Angriff durch ein wildes Tier oder durch eine Person sind sicherlich etwas, was stressvoll ist. Auf der anderen Seite ist das wie ein Examen, was man in der Schule oder der Universität zu bestehen hat, etwas, was als stressvoll empfunden wird. Chronisch im Vergleich sind aber auch so Dinge wie permanenter Zeitdruck, weil man ständig seinen Deadlines hinterher rennt oder eine Krankheit zu haben, an der man leidet, die einen permanent begleitet, aber auch Dinge wie die Trauer um einen verlorenen Partner oder Familienmitglied oder die Sorge, dass etwas passiert. All dies sind Dinge, die uns mit Stress versehen können, in einen Stresszustand versetzen können. Jetzt würde ich das ein bisschen durch ein kleines Movie versuchen zu darzustellen und näher uns klar zu machen. Hoffe ich, dass das jetzt auch gut funktioniert. Die Reaktion unseres Körpers auf Stress ist ein uralter Mechanismus. Er trieb schon von mehr als einer Million Jahren unsere Urahnen an. Für sie war es die Grundlage, um zu überleben, wenn sie bedroht war. Also hier das Beispiel des akuten Angriffs, das Mammut, was dann überraschend auftaucht und einen in einen Stresszustand versetzt. Ich denke, das andere, was hier wichtig war, war die Botschaft, dass unser Stresssystem etwas ist, was wir im Prinzip von Beginn an der Evolution des Menschen mit uns mitbringen. Das ist eines der ältesten Systeme, die wir im Gehirn haben, das nach wie vor dort sehr rudimentär verankert ist und sofort übernehmen kann, wenn wir in einem akuten Bedrohungszustand sind. Im zweiten Clip steht jetzt so ein bisschen der Bezug zur Gegenwart und eine kleine Darstellung dessen, was uns heutzutage eher in Stress versetzt. Stress begegnet uns jeden Tag und ist oft nicht zu vermeiden. Stress entsteht, wenn wir uns den Herausforderungen des Lebens nicht gewachsen fühlen. Mangelnde Unterstützung im sozialen Umfeld, Termindruck am Arbeitsplatz sowie finanzielle oder gesundheitliche Probleme können zu Überforderung führen. Es entsteht das Gefühl, die an uns gestellten Erwartungen nicht richtig erfüllen zu können oder der hohen Verantwortung nicht mehr gerecht zu werden. Also das denke ich, ist eher was, wo wir alle was mit anfangen können und die Erwartung, die an uns gestellten Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden, ist denke ich auch was, was viele auf sich beziehen können, wo man sagt, wenn man jemanden enttäuscht, sei es am Arbeitsplatz oder auch privat, das ist dann etwas, was uns belastet, was wir dann durchaus als Stress bezeichnen können. Hier jetzt die Unterscheidung zwischen Stress und Stressoren. Der Stressor ist das Ereignis der Umwelt oder des Organismus, Beispiel bei Erkrankungen, das ist ja jetzt nichts, was von außen kommt, sondern was dann auch im Organismus selber vonstatten geht, das eine Stressantwort zur Folge hat und im Vergleich dazu, der Stress ist dann die unspezifische Antwort des Körpers, um sich mit dieser Belastungssituation, um mit dieser Belastungssituation klar zu kommen, um mit dieser Belastungssituation umgehen zu können und einstellen zu können. An der Stelle würde ich Ihnen ganz kurz gern die Theorie von Lazarus und Folkmann darstellen, wann eine Situation tatsächlich als stressvoll angesehen wird und wann man sie als etwas anderes kategorisieren und abspeichern können. Das ist diese sogenannte Stressbewertungstheorie, die Lazarus und Folkmann 1984 aufgebracht haben, wo gesagt wird, bei jeder neu auftretenden Situation kommt es zu einer sofortigen Bewertung, die wir vornehmen und die entscheidet darüber, ob wir das als stressvoll oder nicht bezeichnen. Im Englischen ist diese Bewertung also als Stress Appraisal Theory eingegangen und die entscheidenden Elemente in dieser Stress Appraisal Theory sind also die Primary und Secondary Appraisals, die stattfinden, also eine unmittelbare erste Bewertung des Ereignisses, was auf uns einströmt und dann eine weitergehende zweite Bewertung. Und diese unmittelbare erste Bewertung, die hängt damit zusammen, wie ich meine eigenen Gefühle, Möglichkeiten, Ressourcen, Fähigkeiten einschätze mit dieser Situation, die da auf mich einströmt, umzugehen. Und das ist wirklich so ein Vergleich, wo man sagt, wenn ich denke, dass ich mehr Fähigkeiten habe, mehr Ressourcen habe als das, was jetzt gefordert wird von mir durch diese Situation, dann kann ich das gut bewältigen, dann bin ich nicht gestresst und man kann also auch zeigen, dass es dann nicht zu den Körperreaktionen kommt, die bei Stress zu beobachten sind. Wenn aber dieser Vergleich so ausgeht, dass man sagt, das kann ich nicht ganz meistern, da wird also mehr von mir verlangt, als was ich in der Lage bin zu liefern, sei es jetzt an körperlichen oder an psychischen Aufgaben, die auf einen zukommen, dann geht so das Alarmsystem an und man sagt, das schaffe ich nicht und der Körper aktiviert also die Stresssysteme. Da ist schon der Übergang zu den biologischen Systemen, wo wir im Moment hinkommen. Aber diese primäre Bewertung führt also dazu, dass wir etwas als Bedrohung oder als Herausforderung ansehen. Bedrohung, wenn wir nicht die Ressourcen haben. Herausforderung, wenn wir sagen, das ist vielleicht anstrengend, aber das kann ich leisten, das schaffe ich. Und in dem Fall kann ich mich dann damit auseinandersetzen, wie ich das mache und welche Schritte dann eingeleitet werden. Das kommt dann in diesem zweiten Beurteilungsschritt, in diesem Secondary Appraisal, wo ich dann schaue, welche Ressourcen, Verhaltensweisen, Coping-Strategien habe ich denn zur Verfügung, um mit dieser Situation umzugehen. Das habe ich schon gesagt, da kommen dann auch biologische Prozesse zur Folge und die würden wir uns als nächstes angucken, aber jetzt erst noch ein abschließendes Beispiel zu was Stress ist, um das auch nochmal zu vermitteln und die gesamte Bandbreite von den Möglichkeiten von Stress Ihnen zu vermitteln. Fertig. Da gibt es also eine ganze Website dazu, die sich mit nichts anderes beschäftigt, als mit solchen Gefahren am Arbeitsplatz und wie die Stress auslösen können, zu beschäftigen. Wer da Interesse daran hat, www.stationaryisbad.com, da geben Sie also auch noch andere Beispiele. Aber ich denke auch, das ist nachvollziehbar, dass dann die Person sicherlich jetzt in einer Belastungssituation steckt. Ihr Kleid ist jetzt voll von Kaffee, die Arbeit, die sie versucht hat, dort zu beenden und dann vielleicht wegzuschicken, muss neu gemacht werden, ist vielleicht auch Kaffee drüber gelaufen. Hat sich vielleicht verletzt, als sie dann hinterrücks mit dem Stuhl umgefallen ist. Ich denke, das ist deutlich. Wenn wir uns jetzt um die biologischen Effekte von Stress bemühen oder fragen, welche das sind, dann kann man unterscheiden zwischen Effekten im Gehirn und im Körper. Ich denke, der wichtigste Körpereffekt ist tatsächlich der der Energiebereitstellung. Das ist jetzt auch unmittelbar nachvollziehbar, wenn wir sagen, das ist eine Belastung, mit der der Körper umzugehen hat. Dann macht es Sinn, dass der Körper als unmittelbare Folge dann seine Energiesysteme aktiviert, um mehr Energie bereitzustellen, dass man mit dieser belastenden Situation umgehen kann. Adrenalinkampf und Fluchtverhalten ist ja sicherlich etwas, was viele schon von Ihnen gehört haben. Kortisol, vielleicht weniger bekannt, aber inzwischen auch relativ weit verbreitet, als das Hormonsystem, was dann Kortisol als Hormon über die Nebennierenrinde bereitstellt. Und das hat eher längerfristige metabolische Effekte, die dann aber auch hauptsächlich im Zusammenhang mit der Energiebereitstellung verstanden werden können. Wenn man sich dieses Hormonsystem der Kortisolproduktion, die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse mal genau anschaut, dann kann man das mit so einem Schaubild wie dieses hier veranschaulichen. Am Anfang ist eben ein Stressor etwas, was wir als Belastung wahrnehmen, Lazarus und Falkman. Das muss tatsächlich als nicht bewältigbar erstmal angesehen werden. Und dann gibt es eine Stelle im zentralen Nervensystem, im Gehirn, auf die werden wir jetzt wiederholt zu sprechen kommen. Deswegen wäre es mir wichtig, dass wir die direkt auch am Anfang vermitteln. Das ist der Hippocampus, ist eine Struktur im Temporallappen, der viel mit Gedächtnis zu tun hat, viel mit Kontextualisierung, der Verortung von der Situation in Raum und Zeit, wo ist mir das schon mal passiert, welche Erinnerungen, welche anderen Assoziationen habe ich zu dieser Situation. Und er ist aber auch Teil des limbischen Systems und spielt eine große Rolle bei der Stresswahrnehmung und bei dieser Entscheidung, dass etwas als stressvoll angesehen wird oder nicht. Aufgrund der Aktivierung des Hippocampus kommt es dann zur Aktivierung des Hypothalamus. Das ist unsere zentrale Schaltstelle für die Vermittlung von Nerven- und Endokrineneffekten im Körper. Der sendet eine weitere Hormonbotschaft an die Hypophyse. Von dort wird ein weiteres Hormon ausgesendet. Das gelangt schließlich über die Blutzirkulation zur Nebennierenrinde. Und die Nebennierenrinde ist das, was dann Cortisol produziert und ausschüttet. Und was an der Stelle auch interessant und wichtig ist für unseren weiteren Vortrag oder Verständnis von Stresseffekten, ist, dass Cortisol als Steroid-Hormon in der Lage ist, zurück ins Hirn zu gelangen. Es kann also die Blut-Hirn-Schranke durchwandern und ist im Gegensatz zu vielen anderen Hormonen in der Lage, direkt im zentralen Nervensystem im Gehirn Rezeptoren zu finden, wo es dann wiederum weitere Effekte auslöst. Im Zusammenhang mit der Hormonachse, die wir hier beschrieben haben, ist der immediate Effekt von Cortisol im Gehirn der, dass es sich selber abschaltet, dass es also mit einer negativen Feedback-Schleife auf Hippocampus, Hypothalamus und Hypophyse einwirkt, um die weitere Aktivität dieser Strukturen zu supprimieren, zu unterdrücken, sodass dann kein weiteres Cortisol mehr aus der Nebennierenrinde freigesetzt wird. Also sehr elegant gelöst von Mutter Natur, die Achse schaltet sich sozusagen selbst ab. Daneben das Kampf- und Fluchtverhalten, das Adrenalinsystem, das kommt aus der Nebenniere, das Adrenalin. Hier rechts ist unsere HPA-Achse, wie wir sie eben im Schraubild gesehen haben. Links nur grob im Überblick eben unser autonomes Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus. Und der Sympathikus ist etwas, was direkt angeht, wenn wir akut gestresst werden, um dann innerhalb von Sekunden zu einer starken Ausschüttung von Adrenalin aus der Nebenniere zu führen. Und das ist tatsächlich auch interessant in der Kombination, denn das Adrenalinsystem ist ein unmittelbares innerhalb von Sekunden, wogegen das Cortisol viel länger braucht, Minuten, bis zu 20 Minuten, bis es maximal im Körper zirkuliert. Das heißt, die lösen sich auch so ein bisschen ab, wir haben den akuten Energieeffekt und dann verzögert den Effekt durch das Cortisol. Auch das nochmal kurz in einem Clip im Überblick, um diese biologischen Effekte zusammenzufassen, bevor wir weitermachen. Als Antwort auf einen Stressimpuls befiehlt das Emotionszentrum dem Körper Stresshormone produzieren. Ein ganzer Hormon-Cocktail wird von der Nebennierenrinde ausgeschüttet, vor allem Adrenalin und Cortisol. Als Folge steigen Blutdruck und Puls. Blut strömt in die Muskulatur von Armen und Beinen. Unnötige Energieverbraucher wie die Verdauung werden heruntergefahren, die Schmerzempfindlichkeit herabgesetzt. All das dient einem Ziel, die Bedrohung zu meistern, entweder durch Flucht oder durch Kampf. War die Herausforderung bewältigt, dann reagierte der Körper auch schon vor Urzeiten mit Entspannung. Eine zentrale Rolle spielt dabei der sogenannte Hippocampus im Gehirn, der den Körper anweist, die Flut der Hormone zu zügeln. Das also jetzt zusammenfassend zu den biologischen Effekten. Ich denke, das war auch nachvollziehbar, hoffe ich zumindest. Und jetzt gucken wir uns ein bisschen an, wie wir mit Stress in der Forschung, im Labor arbeiten können, um dann besser zu verstehen, was Stress in unserem Körper macht. Und da spielt jetzt als erstes die Frage die Rolle, wie wir mit Stress aktiv arbeiten können, wie wir also Stress induzieren können, um dann die Effekte von Stress im Gehirn, aber auch auf das Verhalten zu untersuchen. Und es wurde ja eingangs gesagt, ich komme ursprünglich aus Trier und mein dortiger Doktorvater, der Clemens Kirschbaum, hat zusammen mit dem Dirk Hellhammer 1993 den sogenannten Trier Social Stress Test entwickelt, der seitdem, ja ich würde sagen federführend in der Stressforschung auch geworden ist, in der Vielzahl von Experimenten in der ganzen Welt zum Einsatz kommt. Und der besteht also aus fünf Minuten freier Rede vor einem Gremium mit anschließendem fünfminütigen Kopfrechnen vor diesem Gremium. Es wird einem nicht gesagt, dass man noch Kopfrechnen muss, typischerweise. Und die Rede, die man da halten muss, die ist also typischerweise etwas, wofür man sehr wenig Zeit hat, sie vorzubereiten. Fünf bis zehn Minuten vorher bekommt man gesagt, zu welchem Thema diese Rede sein soll. Das kann dann ein fiktives Bewerbungsgespräch sein für eine fiktive Stellenausschreibung. Und typischerweise ist man dann nicht so versiert, was die Inhalte dieser Stelle angeht, dass man also dann auch schnell in Verlegenheit kommt und nicht mehr wirklich gut präsentieren kann. Und das ist dann etwas, was stressvoll ist. Auch hierzu ein kleiner Clip, um das zu veranschaulichen, wie das funktioniert. Ich selber habe mich mal im Dienste der Wissenschaft einem solchen Test unterzogen. Und dass das nicht ganz unstressig war, werden Sie mir in wenigen Sekunden glauben. Universitätsklinikum Berlin Charité. Mitten im Herzen der gestressten Hauptstadt werde ich Teil eines wissenschaftlichen Burnout-Experiments. Das hatte ich mir jetzt ja schon ein bisschen anders vorgestellt. Was wollen Sie denn jetzt mit meiner Spucke? Wir untersuchen aus dem Speichel das Stresshormon Cortisol. Und wir können daran erkennen, wie sehr Ihr Organismus auf Stress reagiert. Der Speichel wandert zur Untersuchung und ich zum sogenannten Stresstest. Sie wollen eine Gehaltserhöhung durchsetzen. Da drin sitzt ein Gremium. Seien Sie so überzeugend wie möglich. Gott, das ist unangenehm. Ich will überhaupt gar keine Gehaltserhöhung. Na gut. Jetzt hier leiden. Oh. Guten Tag. Gehen Sie bitte das Mikrofon. Okay. Mit Mikrofon, vor laufender Kamera und dem äußerst herzlichen Gremium muss ich nun meine Vorzüge präsentieren. Letztendlich. Relativ schnell fällt mir nichts mehr ein. Ja, das ist also auch ganz typisch und repräsentativ für diesen Test, dass dann das Gremium da mit versteinertem Gesicht sitzt und keinerlei Rückmeldung gibt, ob man jetzt da gerade eine gute oder eine schlechte. Performance abgibt und aufgrund der Nichtvorbereitung auf das Thema ist man typischerweise dann auch relativ schnell am Ende seines Lateins angekommen und dann bricht dieses Schweigen aus. Das Gremium guckt einen an, man guckt selber in die Runde, weiß nicht, wie es weitergehen soll. Irgendwann sagt dann jemand aus dem Gremium, Sie haben durchaus noch Zeit, reden Sie bitte weiter. Und das wird natürlich oft dann auch als zusätzlich stressvoll empfunden. Jetzt gibt es eine Vielzahl von Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben, herauszufinden, was ist denn wirklich das Stressige an diesem Stresstest? Warum ist das etwas, wo unsere Stresssysteme so mit solcher Macht und so robust darauf zu reagieren scheinen? Und Dickerson und Camminy haben dazu beigetragen und das Konzept der sozial-evolativen Bedrohung aufgestellt. Und im Prinzip argumentiert, dass eine körperliche Bedrohung durch ein wildes Tier, was uns angreift, für unser Überleben genauso essentiell wichtig ist, wie eine Bedrohung in unserem sozialen Status. Und evolutionär, denke ich, kann man das nachvollziehen, dass wenn wir Teil einer Gemeinschaft, Teil einer Gruppe waren und die Gruppe war essentiell für das Überleben des Einzelnen, dass dann der drohende Ausschluss, die drohende Rejection aus der Gruppe dazu führen kann, dass unser Überleben dann auch gefährdet ist. Und diese Bedrohung des sozialen Status ist etwas, was wir heute noch spüren, wenn wir in irgendeiner Situation, in der wir psychologisch, sozial etwas leisten müssen, dann Gefahr laufen, in dieser Bewertung durch die anderen schlecht auszusehen. Wenn also unsere Performance in der Gruppe, was etwas mit dem Status zu tun hat, den wir dann haben, dahin führen könnte, dass wir dahinter schlechter rauskommen in unserem Status, als wir reingegangen sind. Und das, denke ich, hat Parallelen, die Sie sich auch vorstellen können. Zum Beispiel ist das freie Reden vor einer großen Menge etwas, was typischerweise auch zu einer sehr robusten Aktivierung der Stresssysteme führt. Einfach, weil auch da natürlich die Gefahr besteht, dass man irgendwann einen Faden verliert, nicht mehr weiß, was man sagen soll oder einem die Stimme versagt. Und das natürlich dann auch als extrem peinlich empfunden werden würde, weil die anderen einen dann sozial schlecht bewerten. Diese Angst vorm freien Sprechen ist sicherlich etwas, was damit zusammenhängt. Und dieser Test, der dann auch zusätzlich durch Kameraaufnahmen funktioniert und Mikrofon, ist so robust, dass man ihn also auch virtuell machen kann. Es gibt inzwischen über zehn Studien, die gezeigt haben, dass wenn man eine Person einfach vor ein virtuelles Gremium setzt, ein virtuelles Publikum, nicht wirkliche Person, sondern einfach nur ein computergeneriertes Gremium, dass dann diese Stressantwort immer noch da ist. Das heißt, obwohl jeder weiß, dass das keine wirklichen Personen sind, die einen nicht wirklich bewerten, kommt es immer noch zu dieser Antwort. Das ist ein Bild, um zu veranschaulichen, erstens, welche Systeme da reagieren und zweitens, dass es dieser soziale Aspekt ist, der da eine Rolle spielen muss. Hier sieht man also auf der linken Seite des Bildes die Cortisolantwort über die Zeit in Minuten im Verhältnis zum Stressbeginn. Dieser graue Balken hier ist der Stress und man sieht also, dass mit dem Stressbeginn im TSST das Cortisol anfängt anzusteigen und dann ungefähr 15 Minuten in dem Fall nach Stressbeginn dann sein Maximum erreicht und danach wieder langsam abfällt. Das war der Original-TSST mit Gremium, von dem man seine Performance machen muss. Wenn man das vergleicht mit einer Situation, wo die Leute dasselbe machen müssen, aber ohne Gremium. Das heißt, sie müssen eine Rede halten, sie müssen Kopf rechnen, aber es ist keiner da. Man macht es praktisch im leeren Raum. Dann sieht man also, dass dann die Stressantwort auf dem Cortisol fast weg ist und hier mit der Herzrate deutlich erniedrigt ist. Das könnte auch einfach etwas damit zu tun haben, dass man aufsteht und Aufstehen selber ist schon etwas Belastendes für das kardiovaskuläre System. Und im Vergleich die dritte Kontrollgruppe, das ist also jetzt im Prinzip gar nichts mehr gemacht, sondern diese 10 Minuten, die der Stress dauert, dann einfach nur noch da gestanden, ohne geredet und ohne gerechnet zu haben. Man sieht hier immer noch einen leichten Herzrateneffekt, aber absolut keinen Cortisoleffekt mehr. Also ich denke da wirklich ein deutlicher Hinweis darauf, dass es diese soziale Komponente ist, die Stress auslöst. Das haben wir selber dann auch in der Vielzahl von Studien untersucht und hier nur noch mal ein anderes Bild, um zu zeigen, wie über die Systeme hinweg diese Antwort stattfindet. Auf der einen Seite hier das Cortisol mit Stressantwort, in dem Fall alle vier Minuten gemessen, 22 Minuten nach dem Stressbeginn seinen Peak und danach geht es wieder runter. Alpha Amylase als ein anderer Marker für das autonome Nervensystem geht direkt hoch und hat also noch während der Stressantwort seinen Peak und mit Ende der Stressantwort geht das sofort wieder runter. In diesem Bereich hier unten abgebildet die Herzratenvariabilität oder Heart Period, wie wir es hier genannt haben. Da sieht man also auch deutlich eine Verringerung der Herzratenvariabilität. Das hängt einerseits damit zusammen, dass bei Erhöhung der Herzrate weniger Variabilität möglich ist in der Herzfrequenz. Auf der anderen Seite hängt es aber auch mit einer Abschaltung des parasympathischen Systems zusammen, die auch berichtet wird im Zusammenhang mit Stress, die wir, denke ich, sehr schön an diesem Beispiel veranschaulichen können. Das sind also die akuten Effekte in den Energiesystemen, Autonomes Nervensystem, Sympathicus und S-Endokrine-System, die HPA-Achse mit Cortisol oder HNA-Achse. Jetzt gucken wir uns mal an, welche akuten Effekte die Aktivierung dieser Systeme auf das Gedächtnis hat. Und da ist die Geschichte so, dass man sagen kann, die können entweder positiv oder negativ sein. Akuter Stress hat Effekte, die das Gedächtnis entweder fördern oder beeinträchtigen. Das ist einerseits abhängig von dem Zeitpunkt des Stressors, wann dieser stattgefunden hat und andererseits auch abhängig von der Art der Gedächtnisfunktion. Da kommen wir dann im zweiten Schritt drauf. Jetzt zuerst die Frage des Zeitpunktes. Da ist die Botschaft, dass Cortisol das Speichern, das Konsolidieren von Informationen verbessert. Und das kann man sich dann in Experimenten so vorstellen, dass wenn eine Gedächtnisaufgabe, wo man sich etwas merken muss, seien es Wörter oder Objekte im Raum oder Bilder, dass die dann besser behalten werden, wenn sie gepaart werden mit stressvollen Inhalten. Wenn man also entweder die Person vorher in diesen sozialen Stresstest schickt oder die Inhalte selber stressvoll sind, dass es dann zu einer verbesserten Speicherung, Konsolidierung kommt und im Abruf der Gedächtnisinhalte dann eine Erhöhung der Merkfähigkeit zu beobachten ist. Verglichen damit eine neutrale Situation, kein Stress oder nicht stressvolle Lerninhalte. Da sieht man dann eine nicht so starke Konsolidierung und hinterher im Abruf sieht man dann auch eine geringere Gedächtnisleistung. Das wurde auch an einer Vielzahl von Experimenten gezeigt. Und dass das vor allen Dingen mit Cortisol zu tun hat, ist zum Beispiel illustriert in diesem Artikel von 2013 von Staubler und Kollegen, die also zeigen konnten, dass im Delayed Recall, also im verzögerten Abruf von vorher Gelernten, wenn das assoziiert war mit Stress, dann die Stresssituation mit verbessertem Abruf assoziiert ist und das eigentlich Entscheidendere, dass die Menge des Cortisol-Hormons, die als Folge dieses Stressors freigesetzt wurde, dann korreliert es mit der Gedächtnisleistung, mit dem Abruf dieser Gedächtnisinhalte, was darauf hindeutet, dass tatsächlich in Abhängigkeit von der Menge des Cortisols diese Inhalte besser behalten wurden. Eine andere Studie, die ich gefunden habe im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf den heutigen Vortrag, fand ich auch ganz spannend, deswegen wollte ich sie Ihnen kurz hier auch noch vorstellen im Zusammenhang. Das hängt damit zusammen, dass es ja typischerweise so ist, dass man, wenn man zum Beispiel für ein Examen sich vorbereitet, nicht gestresst ist, während man lernt für das Examen, sondern gestresst ist, wenn das Examen stattfindet. Das heißt, es ist eigentlich genau falsch, dass man sagt, der Stress sollte ja eigentlich dann stattfinden, wenn man lernt, um von diesem Effekt zu profitieren, dass eine Aktivierung der Stresssysteme während der Enkodierung positiv ist. Und da gibt es tatsächlich Studien zu, die gesagt haben, was können wir denn da machen? Und die haben Leute auf ein Laufband gesetzt, während die Leute Vokabeln lernen mussten. Also treadmill walking during vocabulary encoding improves verbal long-term memory und konnten zeigen, dass das tatsächlich dann zu einer Verbesserung der Lerninhalte geführt hat. Wenn man hier guckt, das ist die Gedächtnisleistung, während die auf dem Laufband standen und ihre Vokabeln gelernt haben. Und rechts ist die Gedächtnisleistung, wenn sie das in einem relaxten, in einem stressfreien Zustand gemacht haben. Dann sieht man also, dass hier die Leistung besser ist. Und hier auch wieder dieser Zusammenhang zwischen der individuellen Cortisol-Freisetzung und der Gedächtnisleistung, Number of Memorized Words, auch hier ein positiver Slope. Das heißt, je mehr Cortisol dann freigesetzt wurde, wenn die richtig stark gearbeitet haben auf diesem Laufband und dann dadurch ihr Stresssystem richtig aktiviert haben, dann kam es auch zu einer deutlichen Steigerung der Lernleistung. Da würde man also sagen, für alle die, die auf Examen lernen müssen oder sich noch auf Prüfungen vorbereiten müssen, jetzt wissen sie, wie sie ihre Gedächtnisleistung verbessern können. Einfach ein Laufband zu Hause hinstellen und das Buch oben drauflegen. Beim Abruf scheint es jetzt genau andersrum zu sein. Wenn wir eine stressvolle Situation kurz vor der eigentlichen Prüfungssituation oder der eigentlichen Gedächtnisabrufsituation ansetzen, dann sieht man also sehr zuverlässig und mit Effekten, die noch deutlich robuster sind, dass dann die Gedächtnisleistung runtergeht. Das heißt, dann sind wir tatsächlich beeinträchtigt. Deswegen eben auch der Hinweis, eigentlich ist das im normalen Leben genau falsch. Wir sollten gestresst sein, wenn wir lernen und nicht, wenn wir es abrufen müssen. Aber typischerweise sind wir nicht gestresst, wenn wir es lernen, sondern gelangweilt. Und hoch gestresst, wenn wir es abrufen müssen, wenn wir dann im Examen sitzen. Auch dazu gibt es einen Haufen Befunde, aber auch hier nur exemplarisch eine Studie von einem frühen Kollegen von mir, dem Oliver Wolf, der jetzt in Bochum sitzt, wo man also sehen konnte, dass bei Cortisolpräsenz die Leistung des expliziten Gedächtnisses deutlich verringert ist. Und auch hier, dass die Menge des Cortisols assoziiert ist mit der Menge der Recalled Words, also des Gedächtnisabrufs. Und jetzt ist es aber ein Negative Slope. Das heißt, jetzt ist es, je höher das Cortisol, desto niedriger ist die Gedächtnisleistung. Den zweiten Punkt, den ich noch machen wollte und Ihnen versprochen hatte, war jetzt der Zusammenhang zu bestimmten Gedächtnisformen. Und da ist eigentlich das Entscheidende, dass das sich auf eine Art von Gedächtnis beschränkt, nämlich das deklarative Gedächtnis, das dann noch episodische und semantische Unterscheidungen hat. Aber das ist deswegen entscheidend, weil das über den Hippocampus vermittelt ist. Also diese Struktur, die dann auch die Stressregulation leistet im Gehirn, die durch das ankommende Cortisol dann auch inhibiert wird. Das heißt, nur die hat dann was mit der verringerten Gedächtnisleistung zu tun. Und andere Formen von Gedächtnis, implizites, konditioniertes oder auch der Abbruch von Fähigkeiten, scheint davon umbenommen zu sein. Da hat Stress also keinen bis jetzt messbaren Effekt, was darauf hindeutet, dass das eben tatsächlich auch mit dieser Struktur im Gehirn eng verknüpft ist. Das wäre dann jetzt auch die Überleitung zu den Aktivierungsstudien, mit denen wir uns vor allem in Montreal beschäftigt haben, wo es uns darum ging zu untersuchen, welche akuten Aktivierungs- oder Deaktivierungseffekte wir im Gehirn sehen können, wenn wir die Personen unter akuten Stress setzen. Und da war die erste Schwierigkeit, dann ein Mittel zu finden, um die dann auch in der Bildgebungsstudie noch stressen zu können. Eine Bildgebungsstudie sieht typischerweise so aus, dass die Person in einer großen Maschine verschwindet, wo man also die Person nicht mehr sieht, die Person sieht auch keinen anderen. Dann wird die Tür zugemacht und dann geht das Gerät an und es ist laut. Man hat also keine Möglichkeit, dort ein Gremium vor die Person zu setzen oder die Person frei reden zu lassen, weil dann gerade auch bei Bildgebungsstudien die Person den Kopf maximal stillhalten muss. Manchmal hat sie dann noch so eine Bitebar, also etwas, wo sie draufbeißen muss, damit der Kopf sich auch wirklich nicht bewegt. Das heißt, das, was dann normalerweise Stress induziert, ist unmöglich. Da haben wir uns überlegt, wir können vielleicht Stress über das Kopf rechnen, was in dem TSST, in dem Social Stress Test auch eine Rolle spielt, wieder verwenden, weil man das auch computerisiert darstellen kann. Das heißt, über einen Computerbildschirm kriegen die in dem Bildgebungsgerät dann Aufgaben gezeigt, die sie lösen müssen. Diese Aufgaben sind typischerweise mit Multiplikation, Divisionen assoziiert und haben aber immer eine Antwort, die zwischen 0 und 9 liegt. Und sie können dann über so einen Rotary Dial im Scanner, in dem Bildgebungsapparat, dann mit einer Maus links und rechts klickend die richtige Antwort auswählen und auf diese Weise Kopf rechnen. Also das geht. Jetzt brauchten wir aber noch die soziale Komponente, also das, was wirklich den Stress zum Stress macht, um sicherzustellen, dass es auch zu einer Cortisolantwort kommt. Und da haben wir uns überlegt, wir machen also einen sozialen Vergleich, dass wir sagen, wir wollen eigentlich gucken, was im Gehirn passiert, wenn man Kopf rechnet. Aber damit wir das dann zwischen den Personen vergleichen können, müssen wir sicherstellen, dass alle gleich viel und gleich gut Kopf rechnen. Hier ist die Normleistung, die wir also herausgefunden haben über viele Versuche, was man gut in der Lage ist zu leisten. Und deine eigene Leistung soll bitte dann immer in Übereinstimmung sein mit der Normleistung. Was die Person nicht weiß, ist, dass diese Darstellung des Kopfrechnens aber von uns auch manipuliert ist. Der Computer rechnet mit und guckt, wie gut und wie schnell die Person rechnen kann und macht die Aufgaben im Laufe des Experiments dann immer ein bisschen schwerer und ein bisschen zu schnell, sodass die Person jetzt eben nicht mehr gut rechnen kann und dann sehr bald eben in ihrer Leistung deutlich unter dieser sogenannten Normleistung zurückfällt. Das machen wir dann ein paar Minuten, bis sich das etabliert hat und die Person deutlich schlechter ist. Dann halten wir an, dann geht der Versuchsleiter in den Scanner rein und fragt die Person, wie das denn komme, dass sie jetzt deutlich schlechter sei als alle anderen und dass draußen der Assistent und der Techniker sich auch am Kopf kratzen und nicht wissen, wie es jetzt kommt, dass das Experiment nur bei dieser Person nicht funktioniert und dass natürlich so eine Scannerstunde auch recht teuer ist und dass man jetzt diesen Scan nicht mehr benutzen kann, wenn die Person nicht im nächsten Versuch hoffentlich dann besser rechnet. Und mit dieser Instruktion verlässt man sie wieder, wissend, dass alle draußen jetzt gebannt drauf schauen, wie die Person jetzt weiter rechnet. Und die Person kann sich dann so anstrengen, wie sie will, weil eben die Manipulation stattfindet, dass der Scanner automatisch, der Algorithmus automatisch sich anpasst an die Leistung der Probanden oder des Probanden, wird sie auch bei nachfolgenden Versuchen nicht besser sein. Und das ist tatsächlich eine soziale Komponente, die dann erfolgreich ist, um auch dort Stress zu erzeugen. Das heißt, auch damit sehen wir dann eine Cortisolantwort, die stattfindet in Reaktionen auf diesen Montreal Imaging Stress Task, MIST, wie wir ihn genannt haben. Und was dann natürlich interessant ist, ist zu schauen, welche Gehirnstrukturen verändern sich wie, wenn eine Person unter dieser Situation akuten Stress erfährt. Also was passiert im Gehirn, wenn man akut gestresst ist? Die kurze Antwort ist, es ist genau was anderes passiert, als was wir eigentlich erwartet hatten. Wir haben also eigentlich erwartet, eine Reihe von Aktivierungen im Gehirn zu sehen, die jetzt mit akutem Stress assoziiert sein können. Das, was aber das Dominante war, was wir über viele Bereiche des zentralen Nervensystems dann gesehen haben und jetzt inzwischen auch über viele Studien repliziert, ist eine Deaktivierung. Es kommt also zu einem Herunterfahren von spezifischen Zentren im zentralen Nervensystem, wenn man sich mit akutem Stress auseinandersetzt. Und dieses Herunterfahren von spezifischen Strukturen führt dann zu einer Stressreaktion, wenn zusätzlich zu anderen Gebieten auch der Hippocampus mit betroffen ist. Wenn der also auch in seiner Aktivität herunterfährt, dann sieht man eine deutliche Steigerung der Cortisolantwort. Und das ist etwas, was man dann über eine sogenannte Region of Interest Analysis sich noch spezifisch anschauen kann, dass man also nur den Hippocampus extrahiert und dann die Aktivierungsveränderungen, also in dem Fall die Deaktivierung sich anschaut und mit der Cortisolfreisetzung assoziiert. Und da sieht man also, dass es hier zu einer deutlichen positiven Assoziation kommt. Je stärker der Hippocampus von dieser Deaktivierung mit betroffen ist, umso stärker scheint dann das Cortisolsystem auch anzugehen. Und da haben wir uns natürlich viele Gedanken darüber gemacht, wie das kommt und was für eine Erklärung man da finden kann, dass wir jetzt eine Reduktion der Aktivität finden. Und ich denke, man kann es tatsächlich auch im Zusammenhang mit den Gedächtniseffekten verstehen, dass nämlich die Reduktion des Hippocampus als Folge der Stressexposition dazu führt, dass das, was einen gestresst hat, was den Stress ausgelöst hat, besser behalten wird. Dass also keine Interferenz mehr kommt durch nachfolgende Hippocampusverarbeitung von nachfolgenden Stimuli, sondern dass der Hippocampus eine Pause macht, nachdem das, was stressvoll war, dann angekommen und verarbeitet ist im zentralen Nervensystem. Das heißt, so ein bisschen im evolutionären Sinne, man will sicher gehen, dass das, was einen gestresst hat, behalten wird, gespeichert wird, um vielleicht in Zukunft besser damit umgehen zu können, sich besser darauf vorbereiten zu können oder sich mehr Gedanken darüber machen zu können, welche Bewältigungsstrategien man stattdessen benutzen kann, um sich vielleicht in Zukunft nicht mehr so gestresst zu fühlen. Das würde auch zum Teil die Gedächtniseffekte erklären, dass wenn Stress im Zusammenhang mit der Gedächtnisaufgabe kommt, das, was dann einen Stress besser behalten wird und wenn Stress zusammen mit dem Abruf kommt, dass man dann schlechter in der Lage ist, das wieder abzurufen, was einen gestresst hat, weil jetzt der Hippocampus in dem Moment ja gerade abschaltet und man dann nicht mehr in der Lage ist, gut das abzurufen oder zu speichern, was einen ursprünglich gestresst hat. Also auch hier denke ich, ein Befund, ein Ergebnis, was interessant ist, was überraschend war, aber was, wenn man sich Gedanken darüber macht, sinnvoll sein kann im Zusammenhang mit der Aufgabe, was Stress im Gedächtnis dann leisten kann. Im letzten Teil des Vortrags würde ich jetzt gerne auf die chronischen Effekte von Stress eingehen. Die sind auch besonders heftig untersucht worden in der Forschung. Das haben Sie zum Teil vielleicht auch gehört. Das hat viel damit zu tun, inwiefern Stress dann toxisch ist für unser Gehirn, inwiefern Stress unser Gehirn oder bestimmte Bereiche unseres Gehirns beschädigen kann. Und in dem Zusammenhang gibt es sehr interessante Hypothesen, die aber denke ich, bei Menschen besonders sehr differenziert zu bewerten sind. Auch hier erstmal noch einen kurzen Clip, um sich darüber klar zu werden, wie man akut von chronischem Stress differenzieren kann. Pressreiz an Stressreiz, gepaart mit Ängsten und Sorgen um die Zukunft. Mediziner finden erhöhte Pegel von Stresshormonen, die nicht mehr richtig abgebaut werden. Eine Folge, Nervenzellen bilden sich ausgerechnet im Hippocampus zurück, der bei Gesunden die Entspannung einläutet. Das war jetzt also die Version des WDR, des SWR in dieser Sendung zum Stress, Odyssee, wo dann gesagt wurde, bei chronischem Stress bleiben die Stresspegel hoch und führen dann zu einer Reduktion des Volumens im Hippocampus. Den hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Das ist im Prinzip genau diese Hypothese, die für viele Jahre, Jahrzehnte in der Stressforschung dann tatsächlich auch federführend war, diese Neurotoxizitätshypothese. Und Robert Sapolsky aus Stanford in Kalifornien ist der Forscher, der mit dieser Hypothese, ja man kann sagen, seine Karriere gemacht hat und berühmt geworden ist. Und ich weiß nicht warum, immer wenn ich von dieser Theorie rede, muss ich auch ein Bild von ihm zeigen. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich neidisch bin auf seine Haare. Auf jeden Fall hat diese Theorie etwas damit zu tun, dass es ja zu dieser negativen Feedback-Schleife kommt, wo Cortisol aus der Nebenniere ausgeschüttet dann sich selber abschaltet, im Hypophyse, im Hypothalamus und besonders auch im Hippocampus. Also zurückkommend auf dieses Bild, was wir eingangs hatten, wo wir diese Kaskade gesehen haben, aus verschiedenen zentralen nervösen Strukturen, am Ende aus der Nebennierenrinde kommt Cortisol und das hat ein negatives Feedback zurück, um sich selbst abzuschalten. Und Robert Sapolsky konnte nun zeigen, vor allem im Tierversuch, dass wenn man die Tiere genügend lang stresst, sodass sie genügend lang hohe Dosen an diesen Corticosteroiden ausgesetzt sind, dass es dann zu einer Verringerung des Hippocampus-Volumens kommt, was mit Zelltod zu tun hat, dass also diese übermäßige Exposition mit den Glykokorticoiden zu einer Atrophie im Gehirn, besonders im Hippocampus, führt. Da aber der Hippocampus beteiligt ist an der negativen Rückkommelung, an dem negativen Feedback, würde jetzt diese Beeinträchtigung des Hippocampus durch das Cortisol dazu führen, dass die Achse selber nicht mehr so gut abgeschaltet werden kann. Als Folge würden dann noch höhere Spiegel von Cortisol zu beobachten sein, die dann noch neurotoxischer im Gehirn wirken, sodass es so ein Teufelskreis entsteht, wo dann durch genügend chronischen Stress die Cortisol-Spiegel immer höher werden und im Gehirn massiver Schaden eingerichtet wird, weil Cortisol nun diese toxische Wirkung hat. Und das wurde dann als Theorie sehr bekannt und sehr berühmt und da gibt es eine Vielzahl von Studien aus den 80er und 90er Jahren. Hier beispielhaft eine Science-Veröffentlichung von Robert Sapolsky, Why Stress is Bad for Your Brain, also auch sehr catchy, warum Stress schlecht für dein Gehirn ist, und hat hier verschiedene Beispiele angeführt, die alle was mit erhöhter Cortisol-Exposition zu tun haben. Depression ganz klar, sehr häufig mit erhöhter Cortisol-Expression assoziiert. Und je länger diese Depression anhält, desto geringer ist das Hippocampus-Volumen. Cushing-Syndrom als Tumor aus der Hippophyse, eine komplette Fehlsteuerung der Hormonachse mit maximal hohen Cortisol-Freisetzungen, weil das System überhaupt nicht mehr funktioniert oder reguliert wird. Auch hier, je größer hier die freigesetzte Cortisol-Menge, desto geringer das Hippocampus-Volumen. Und bei Combat-Stress, also Stress im Zusammenhang mit Kriegseinsätzen, posttraumatische Belastungsstörungen als die typische Folge, auch hier, je länger dieser Kampfeinsatz gedauert hat, Months of Combat Exposure, desto geringer das Hippocampale Volumen. Also anscheinend sehr deutliche und überzeugende Befunde, dass hier es tatsächlich zu einer Verringerung, ja zum Zelltod, das im Hippocampus kommen kann, wenn der Stress nur stark und lang genug vorhanden ist. Eine Kollegin von mir aus Montreal hat also auch Befunde dazu beigetragen, die Sonja Lupien 1998 in Nature Neuroscience, wo sie zeigen konnte, dass bei hohem Spiegel von Cortisol die Hippocampus-abhängige Gedächtnisleistung im verzögerten Abruf beeinträchtigt war, dass die weniger gut abgerufen haben und auch hier, dass das Hippocampale Volumen zusammen zu hängen schien mit der Menge des zirkulierenden Cortisols, also auch dort die Idee, dass diese beiden fest miteinander assoziiert sind. Zu den Mechanismen, mit denen es zu diesem Zelltod kommen sollte, der programmierte Zelltod im Organismus wird auch Apoptose genannt, da wurden auf der einen Seite gesagt, es ist eine Unterdrückung von Wachstumsfaktoren, eine Inhibition von Glucosetransport und eine Potenzierung von existatorischen Aminosäuren, die zusammen dazu führen, dass also das Neuron überlastet wird und dann eben seinen eigenen Untergang einleitet. Und ich selber bin in der Zeit auch groß geworden, das heißt, ich habe auch lange damit gearbeitet und versucht zu finden, ob man das so glauben kann oder nicht. Aber 2005 haben dann Kollegen aus den Niederlanden, Swab und Bauho und Lukassen, diese Theorie wirklich abschließend zu Grabe getragen, denn sie hatten die elegante Idee zu sagen, was passiert denn eigentlich mit diesen Cushing-Patienten, also die, die aufgrund eines Hypophyse-Tumors maximal hohe Cortisol-Spiegel hatten, nachdem sie erfolgreich behandelt werden. Und Cushing kann man relativ gut behandeln, man nimmt die Hypophyse raus, man muss dann die Hormone substituieren, aber weil die relativ abgekapselt ist, ist dieser Tumor oft nicht streuend oder typischerweise nicht streuend, sodass die Personen dann nach Hormonsubstitutionen eine relativ gute Prognose haben und ein relativ normales Leben führen können. Und wir hatten ja gesehen bei Sapolsky, dass in Cushing mit Zusammenhang der Höhe dieser Cortisol-Freisetzung deutlich verringerte Hippocampus-Volumen da waren. Und Swab und Kollegen konnten zeigen, dass wenn man dann aber nach ein paar Jahren einfach nochmal guckt, nachdem die jetzt eingestellt sind und keine erhöhten Cortisol-Spiegel mehr haben, dass dann die Volumenreduktion zurückgeht, dass also der Hippocampus sozusagen wieder zu wachsen scheint und sich zu erholen scheint. Und das fast noch überzeugende Argument ist, dass wenn Cortisol so maximal neurotoxisch ist, dass die ja dann im Alter eine erhöhte Inzidenz von Demenz haben sollten, weil sie nun schon früh massiv unter diesem Cortisol gelitten haben und massiv Neuronen abgebaut haben. Aber das findet nicht statt. Morbus Cushing hat keine höhere Inzidenz von Demenz im Alter. Das heißt, das, was man dann beobachtet, akut unter Cortisol-Exposition, hat wahrscheinlich nichts mit Atrophie und Apoptose zu tun, sondern mit einer temporären Schrumpfung der Strukturen, die sich unter diesem Insight, diesem Angriff des Cortisols mit ihren Dendriten zurückziehen oder vielleicht auch im Volumen des Neurons kleiner werden. Aber das ist temporär. Die sterben nicht. Und wenn dieser Insight durch das Cortisol vorbei ist, können die durchaus auch wieder zurückwachsen, ihre Dendriten wieder ausfahren und dann wieder normal ihre Funktion aufnehmen. Also da ist die Botschaft, die, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man sagte, Cortisol hat eine temporäre Beeinträchtigung der Funktion im Gedächtnis und im zentralen Nervensystem durchaus zur Folge. Auch bei chronischem Stress ist das aber etwas, was, wenn man dann eben entspannt und sich zurückfährt, dann nicht dauerhaft sein muss, sondern dann auch wieder zurückkommen kann. Viele der Befunde, jetzt muss ich gerade mal kurz umschalten, viele der Befunde, die aber diesen Zusammenhang gefunden haben zwischen Cortisol und dem Hippocampusvolumen oder Strukturen im Gehirn, haben den vielleicht gefunden, weil Stress eine andere Effekt hatte oder anders gewirkt hat, als zuerst angenommen. Und das ist jetzt dieser letzte Teil des Vortrags, wo es um die Entwicklung geht oder Stress während kritischer Entwicklungsperioden, der dann als frühkindliche Belastung oder Early Life Adversity, ELA, bezeichnet wird. Und ich denke, hier kann man das Argument führen, dass dort tatsächlich dauerhafte und auch stark beeinträchtigende Effekte zu finden sind im Gehirn, die was mit Stress zu tun haben. Aber da muss der Stress passiert sein, während der Organismus, die Person in einer kritischen Entwicklungsphase war. Was sind jetzt frühkindliche Belastungen? Da kann man unterscheiden zwischen Prä-, Peri- oder Postnortalen Ereignissen. Beispiel wäre eine Sauerstoffunterversorgung während der Geburt oder auch dramatische Ereignisse, die der Mutter oder einem selbst zugestoßen sind, Prä- oder Postnatal. Körperliche Vernachlässigung, Missbrauch, emotionaler Missbrauch oder im Rahmen der elterlichen Fürsorge, emotionale und körperliche Fürsorge, die fehlen. Oder auf der anderen Seite diese Überprotektionen, die Helikopter-Eltern, das ist ja auch so ein Begriff, der im Moment sehr en vogue ist, die dann auch zu negativen Konsequenzen führen können. Dass das ein dramatisches Problem ist, also auch in der westlichen Zivilisation deutlich vorhanden ist, kann man an vielen Publikationen klar machen. Hier nur beispielhaft. Pechtel und Pizzageli in 2011 haben rekonstruiert, dass 2007 alleine 22 Prozent aller Kinder in den USA in Kontakt mit dem Sozialamt wegen einer oder mehreren Formen von Vernachlässigung gekommen sind. und dass Early Life Adversity oder frügliche Belastung mit 34 Prozent aller psychiatrischen Störungen assoziiert ist und sogar 44 Prozent aller psychiatrischen Störungen, die ihren Beginn in der Kindheit haben. Das heißt also, wenn Stress auftritt während der Entwicklung des Gehirns, das scheint tatsächlich deutliche Folgen zu haben. Nur ansatzweise genannt, die psychiatrischen Störungen, die da im Zusammenhang stehen, Depressionen, Angststörungen, Substanzmissbrauch, Psychose als eine der großen, aber auch Essstörungen sind alles Störungen, die signifikant häufiger auftreten, wenn frühkindliche Belastung zu verzeichnen war. Hier ist die Idee, dass die frühkindliche Belastung dann einen robusten Effekt auf die Gehirnentwicklung hat und wir können uns gleich noch ein bisschen angucken, wie das aussieht. Das wiederum hat einen Effekt auf die Regulation der Stresssysteme und diese Regulation der Stresssysteme, weniger gut mit Stress umgehen zu können, ist dann das Risiko für psychiatrische Erkrankungen. Meine Kollegin aus jetzt Berlin an der Charité, Christine Heim, hat in ihrer Zeit als Postdoc in Atlanta bei Charles Nemeroff gezeigt, dass also frühkindliche Belastung, Early Life Stress, mit einer signifikanten Reduktion im Hippocampus, signifikant auf der linken Seite und dann tendenziell auf der rechten Seite assoziiert war, dass also diese Struktur im zentralen Nervensystem in ihrem Volumen reduziert ist, permanent reduziert ist, wenn es zum Vorhandensein von Stress in Form von frühkindlicher Belastung während der kritischen Entwicklungsjahre, die ersten 16 Jahre im Leben oder so gekommen ist. und wir haben das dann selber in verschiedenen Studien auch versucht nachzuvollziehen und haben also tatsächlich sehen können, dass dann die frühkindliche Belastung hier in Form von der Parental Care, von der elterlichen Fürsorge, dann einen Effekt zu haben scheint auf das Wachstum, auf die Integrität des Hippocampus, dass der also in seiner finalen Größe, in seiner finalen Entwicklung abhängt von der frühkindlichen Belastung, was dann im Erwachsenenalter die Cortisolantwort mit beeinflusst. Also diese ursprüngliche Hypothese ein Stück weit bestätigt, ja der Hippocampus ist signifikant assoziiert mit der Stresssystemregulation, aber nicht durch chronischen oder akuten Stress in Erwachsenenalter wird der Hippocampus verändert, sondern durch Stress während der kritischen Entwicklungsphase und das ist dann das, was den Hippocampus in seiner Größe festschreibt und als Folge dann auch die Stresssystemregulation festschreibt und das scheint ein programmatischer Effekt zu sein, der dann dazu führt, dass die Stressantwort dauerhaft im Laufe des Lebens dann auch verändert bleibt. Jetzt muss ich nochmal einmal wieder zurückspringen, weil ich mich hier mit den Slides ein bisschen vertan hatte. Das heißt, wenn wir jetzt zur Zusammenfassung kommen, dann würde ich jetzt wie folgt zusammenfassen, Stress ist eine körperliche Reaktion auf eine Form von Bedrohung, einem Stressor, der so wahrgenommen wird. Die Reaktion im Körper wird durch Energiesysteme vermittelt, das haben wir gesehen, sympathisches System, Adrenalin, Kampf, Flucht und endokrinisches System, HPA, Axel, Cortisol. Stress hat Effekte auf das Gedächtnis. Welche Effekte das sind, kommt darauf an, wann der Stress eintritt. Mit dem Auftreten der zu lernenden Materialien ist er enhancing, also verbessern, die Gedächtnisleistung und im Zusammenhang mit dem Abruf ist er verschlechternd und hat dort also negative Effekte. Chronischer Stress führt zu einer Verminderung der Hippocampusaktivität, die aber reversibel ist. Das heißt, man sieht tatsächlich ein Schrumpfen der Struktur, aber das scheint temporär zu sein und wenn der chronische Streck weg ist, geht die Schrumpfung wieder zurück. Und entscheidender auf die Entwicklung des Gehirns ist der frühkindliche Stress. Das, was uns während der kritischen Entwicklung zustößt, ist das, was dann determiniert, ob wir dauerhaft mit einem veränderten Stresssystem assoziiert sind. Die überspringe ich jetzt, weil wir sie schon hatten. Ich wollte ganz zum Abschluss jetzt nur darauf hinaus zu sagen, ich wollte mich bei meinen Kollegen und Kolleginnen bedanken, die dann zu diesen Arbeiten auch beigetragen haben. Also meine früheren und jetzigen Kooperationspartner, vor allen Dingen Michael Meany aus Montreal, Sonja Lupien und jetzt Christine Heim in Berlin, die PhD-Studenten, die Doktoranden und Postdoktoranden, die die meiste Arbeit gemacht haben, die ich Ihnen gezeigt habe, die mit diesen Ergebnissen zusammenhängen und jetzt auch mein beginnendes neues Labor hier in Konstanz, wo ich hoffe, dann auch viele Studien machen zu können. Damit vielen Dank und wir haben Zeit für Fragen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.